Sollen wir einen Spot machen, oder? Ja, ich meine, das würde gerade thematisch sehr gut passen. Sollen wir einen Jimdo-Spot machen? Das würde thematisch auch sehr gut passen. Okay, also, ich weiß. Jimdo, und ihr wisst das auch, Jimdo ist ein Website-Borgasten. Geht auf www.jimdo.com. Und schaut euch mal an, was es dort für Vorlagen gibt, was es für Produkte gibt, um dort eine Website zu erstellen. Ihr könnt, sobald ihr WLAN habt, könnt ihr dort euer Business online bringen. Ihr baut eine Website, einen Online-Shop. Ihr könnt sogar ein Logo gestalten. Die haben da so eine Funktion drin, die aus euren Farben, die ihr dort angebt, einfach in dem Dolphin direkt sagt, hier Logo. What? Das habe ich schon richtig gesehen. Das ist ja verrückt. Ihr könnt hier reinschauen. Logo, Logo Creator. Das ist ja cool. Könnt ihr einfach mal, wenn ihr sowas... Weißt du, sagst du, ich hätte gern dies und das, das ist mein Text, der da rein soll. Und dann wird das einfach dort generiert aus deinen Farben. Das ist ja cool. Aus Zeug kleben das überall auf die Seite. Und dann sieht das direkt mal nicht so schlimm aus. Ja, nicht so schlimm wie manch ein Handwerker, der halt mit so einer Comic Sans-Schrift auf seinem Wagen rumfährt. Ja, ich glaube, mein Baumschneidemeister, den sollte ich mal... Die Webseite ist Hund und sein Logo ist halt in Paint gemalt. Also ernsthaft in Paint. Und das ist aber also dreimal vier Pixel groß und das hat er auf sein Auto gedruckt. Das nächste Mal, wenn ich wieder Bäume schneide, sage ich ihm Bescheid. Geht einfach mal hier auf die Seite. Es ist, ich glaube, es ist auch im Dolphin drin, aber das müsst ihr euch anschauen, ob es im Dolphin drin ist. Ihr könnt das auch mal einfach durchprobieren auf der Logoseite, was er daraus machen würde. Also Logo erstellen, Webseite erstellen, Shop erstellen. Stopp. Der Shop ist rechtssicher für Deutschland, ist in verschiedenen Paketen, verschieden ausgestattet. Aber wenn ihr einfach schnell was verkaufen möchtet, so wie der eine Hörer, der hat sich gerade einen T-Shirt-Shop zusammengeklickt über den Dolphin und dann ist das einfach, weißt du, hast du die Übersicht von Produkten, kannst du kaufen, dann kann der User klicken, dann kannst du auch die Integration machen mit dem Live-Chat. Und weißt du, wenn du die ganzen Features dir irgendwie selber zusammenbasteln möchtest, den Live-Chat und den Logo-Creator und da bist du schon bei ziemlich vielen Plugins für dein anderes CMS. Ja, natürlich. Also Jimdo macht euch 20% Rabatt mit dem Gutschein Code Bits und so. Für das ganze nächste Jahr habt ihr 2020 schon 20, 20, 20% und dann ist gut. Herzlichen Dank Jimdo für die Unterstützung.